Dass man Milch und Fleisch aus Niederösterreich ganz bewusst geniessen kann. Dass bei der Erzeugung von heimischem Fleisch das Wohl der Tiere im Vordergrund steht. Und dass man bei jedem Schluck Milch den Respekt vor den Kühen schmeckt. Das geht nur dort, wo sich wer drum kümmert. Verlass die drauf auf Niederösterreichs Bauern und eine Kammer. Untertitelung des ZDF, 2020